Das war die Ergebnisse, kurz für den Zwischenschlag. Geh mal davon aus, dass der linke Micha ist. Ach, Micha! Ich glaube, ich gehe besser mit Micha´s Tor. Oh, oh! Das ist doch der nervösste, Markus. Das ist gut, das ist auch ein Seitenwechsel. Das lag bestimmt an der Seite. Wie hoch hast du denn verloren? 10-9, glaube ich. Das war ganz knapp. Du weißt ja, wo das heute Abend noch ist, ne? Das ist mir klar. Ah, bisschen hier heiß und kalt hier. Ah, dann machen wir auch schon. Heiß, heiß, heiß! Schafeln! Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Tja. Wie geht das Posten? Posten, aber eigentlich keine Acheläher. Ach! Micha, das ist ja ein Torwart! Auch hier hast du den Torwart? Ja, der soll die halten. Ah! Weißt du, was ein Torwart ist, ne? Ja, Zuschauer, ne? Ja, mal gucken, ob der Micha auch ein Tor schießt hier. Ohhhhhhhhhh Der hat den Ball auf die Rand, der hat den Ball auf die Rand. Der hat den Ball. Ohhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhh Die ersten haben gesagt, ich soll ein bisschen für Freude filmen. Mach ich nass, Micha. Hast du's gefüllt? Ja, ja. Und was? Ich wollte auch mal auf Thomas. Oh, Micha, wie viele Tore hast du in dem Spiel schon? Oh, Micha, sieht schlecht aus. Oh! Der Riege im Pflicht ist gefällig. Oh! Das ist ein Tor. Ah! Das hat mich fällig. Hier tut sich nichts bei Micha. Außer im Tor. Ich nur zahle. Oh, 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 oh! Fast ein Tor für Micha. Hast du gefüllt? Ja, hab ich den Pfosten schuss. 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 Vielen Dank.